ARD Text im Auftrag von Funk Rettler Herzlopaus ist jetzt mal Sport bis so klar steht fünf Länderspion geht auf mich wenn mich irgendjemandem kursieren das ist geil kann ich ja mit der Schottkart auch gut schaden mache ich glaube schon der Hauptmann ob vor mir und tanzig ja ist klar ist das beste was du machen kannst Spion Afer sowas wollen wir jetzt ja aber keine Ahnung warte wieder an wie wärs mit Exo-to-Vision? wie wärs mit äh wir greifen wieder an und zwar rüst ich jetzt mal auf Anti-Air um weil das ziemlich viel Luft wir haben durch können auch will irgendjemand Sunny von euch ziehen bitte? ja könnte ich hier mit abholen vielleicht na ihr braucht mich nicht mehr abholen hab ich auch willkommen erläutig crazy ach Foto auch da oben legt ihr Achter hat er gefällt mir tut er richtig immer Macht immer wir haben das war die zweite Hälfte war dritte da hat es auch noch zwei und ich bin auch noch dritte war noch 13 der bis 13 immer noch das ist nicht möglich ich bin es ja nicht 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 ich bin es heftig ruft mich mal einer ab was ist denn das für ein was sind wir dabei da kannst du dich mal deine Leute unterkontrolle haben das ist ja furchtbar Feuer einstellen ich bin es nur weg kann ich Anti-R machen oder Chris oder Anti-Panzer ja zappen also Panzer sind im Unternehmen nicht unterwegs Panzer sind nicht unterwegs Luft einher naja ist doch egal gut dann gehen wir gleich mit Anti-Anti-Infantarie so ein die sind gerade mit allen Panzern drin und eine Galaxie hat auch getroffen ja doch da ist ne ne ja jetzt ist ne Luft da war nicht mehr lange soll ich warten die brennt und bis da bumm also hier ist überhaupt keine Verteidigung mehr ist doch gut na holen wir den Fall Punkt ich denke wir gehen auf die Verstärkerstation aber wir sind schneller wie die im Punkt Captain und darum müssen jetzt alle mit ihren Einheiten wieder zurückkommen dann 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 ist meine Kursie glaube ich falsch da kommen schon einige ja da kommen sie doch schon da kommen sie ja die kommen doch schon alle rein wie kein Nickel ey da draußen fallen sie schon wie die Verrückten ja aber geschaut ey ja rast das ist grad nur wieder die Führer runtergefallen zum Glück habe ich Markus wieder da zu meinen Ingi dann halten wir das na wir haben noch zweieinhalb Minuten Sven gell ey ja ich habe meinen Ingi da Markus kommst du zu mir ich wüsste nicht unten A Punkt ey ich bin grad an der Turbo alle kommen ja hier unten komm mal wieder weg zerstört auch scheiße weiss jetzt einer was mit Planet Z 2.0 ist wird das dieses Jahr noch was oder nächstes Jahr Ende wird das nächste denke ich Ende Z 2.0 kommt sie auf den Test Surfer ah das weiss du da sicher Planet Z 2.0 ist du brauchst den bei auch Ender auf den Test Surfer also du wüsst nicht wann er wirklich rauskommt dann brauchst du Heal oder bisschen dann muss ich mal den Test Surfer mal wieder runterladen ja den hab ich auch nicht geholfen das ist mir zu viel Platz gewesen halt für so sinnloses Zeug ich hab schon fast aufgegeben bei der Führer kam na eben nix gescheites zumindest ja das das überkommt das ja überkommt den Content brauche ich jetzt hätte ich mal wieder ein Update Video machen ja 2.0 ich glaube bei 2.0 springt auch was bei rum was mal Update Video bringen kann nur rüber äh er ja 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 ich bin unter Du ja warte ich komme mal runter ich brauche ich mich zwischen mir in den oh mein gott wir haben das haus wir haben es aufgegeben glaube ich wir haben sie ziemlich weit zurück gedrängt was the fuck wie konnte mich jetzt so schnell natürlich aber das hat der ausbehalten der holen soll man jetzt mal nicht unterspringen kripte oben einer all made riese oder what fun na spion gefüllt level 100 spion sogar Ich bin schon wieder nicht in der Liste, was für ein Dreckspiel. Alter ist keiner. Es ist einfach keiner von uns in der Liste, wir haben das geschafft. Ich glaube die Liste ist falsch. Das ist die Summe von denen alle in einer Fraktion die Punkte sammeln. Das liegt an die Basis, also umso mehr OTIV Leute da sind, umso mehr Punkte hast ihr dann. Ja natürlich, aber die Orbs sind mit Sicherheit auch mit einigen Leuten hier und der LPS hat auch einige hier, habe ich gesehen. Die werden halt keine Kills gemacht haben. Ich habe auch keine gemacht. Gammelt doch mal einen auf dem Dach. Achso, ja ja natürlich. Ja, in der Commery. Schon wieder, jawoll. Ja, in der Commery kommen jetzt viele Flugzeuge her. Da kannst du... Das heißt, du steckst ja auch Anti-Air, du willst einen Harris erholen und du fährst nicht irgendwo hin, wo wir die gut rapen können. Alles klar. Ich nehme, was nehme ich? Ich nehme mir Lightning. Was ist hier der Fahrzeugterminal? Dahinten. Was haben wir denn? Fahrzeug, Flugzeug, Rabattur, bei den Türmen, Pads, passive Gesundheitsreaktion. Alter, die Bauchschmerzen bringen mich noch um irgendwann. Das ist ja übel. Boah. Ey, nicht, dass du uns jetzt alle ansteckst. Ja, das ist doch eine Elfer oder die Kaufdolster. Geh weg, ich will vor. Ich will an die Front. Geh noch weg. Na, da kommt ein Steil. Achso, ich will ein Wixer. Achso, nee, ist Feuer. Schwul. Alter, da ist alles voller, die fahren nicht voller, was sind das für ein Scheißspiel hier? Wie? Hast du schon da sein? Ja. Ja, ja. Ich hab bloß keine Heuze, äh, kein Hellebarter auf Sunrise. Ja, ich hab's eh nicht schießt, ne? Oh, Ding, nur rum. Da reicht Schiss fahren. Da, ne? Da kommt ne Lipp. Mehr Galaxies. 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 Feuer. Über uns. Tot. Nächste. Ups. Und hinter uns. Oh, lecker, ja. Ah, die sind alle getroppt. Ja, alle C4. Sie fehlen uns weg. Da hinten muss ich hier, du Arcus. Richtung der Galaxie da. Jo. Geh den Berg ein Stück hoch, denke ich, da müsste es dann gehen. Wir können zurückgehen, die haben uns überrannt. Ne, wir können doch nicht zurückgehen. Doch, die sind bestimmt wieder am Punkt. Ne, noch nicht. Jetzt flippt er. Doch. Eine Galaxie ist durchgegangen. Die fliegt, ne, ist ne Lippo hier noch vom Flick. Und ein Harry, äh, Flash ist auch hier. Oh, wir seid ihr weg. Jetzt sind sie da. Die Gegner, glaube ich. Ja. Kollege Schnürschuh. Das war's.